Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich handel 60 Sekunden bis 2 Minuten und Startrate beträgt 2000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Einstieg im Metatrader 5. Nach meinen Einstiegskriterien. Euro, Australisch, Dollar. Sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Gleich nochmal. Und noch ein drittes Mal. Und ein viertes Mal. Wenn du das Traden professionell erlernen möchtest, dann bewirb dich für mein Privatcoaching. 10.000 K pro Monat. Aktuell sind alle vier Trades im Gewinn. Gleichzeitig gibt's mit den Starturen. Und dann abonniere den Startü tend carrot 전. Ich habe das um ahnt usch. Mit ihrétait für mein Privatcoach. Sieht mehr, dass ihr bald ist. Und hier unter der Vorhontage ist. Und jetzt oder andere. Nachden Nissan. Und das ganz z respekt meter geht. Vielen Dank. Die letzten 10 Sekunden laufen. Bis zum nächsten Mal. Adios.